Große Freude bei Christina Bröhring-Sprähe. Die Dressurreiterin kann bereits jetzt auf ein aufregendes Leben zurückblicken. Die 32-Jährige gewann einen Mannschaftswettkampf, bei den Olympischen Spielen eine Weltmeisterschaft, vier Europameisterschaften und auch mehrere deutsche Meisterschaften. Ihr nächstes Abenteuer hat allerdings nichts mit dem Reiten zu tun, denn im Privatleben der Sportlerin gibt es aufregende Neuigkeiten. Christina wird zum ersten Mal Mutter, die frohe Botschaft verkündete die Schwangere mit einem Post auf ihrem Facebook-Account. Das Gerücht ist sicherlich schon einige Zeit im Umlauf, aber nun möchte ich euch mitteilen, dass ich im September Mama werde, gab Christina bekannt. Aktuell fühle sie sich noch sehr gut, von Schwangerschaftsübelkeit und anderen unschönen Begleiterscheinungen fehle jede Spur. Daher werde die Pferdeliebhaberin auch noch einige Wochen reiten, ehe sie eine kleine Pause einlegen und ihr 18-jähriges Pferd Desperados nur noch zum Spiegeln besuchen werde. Dank der tollen Unterstützung von meiner Familie und meinem Team blicke ich optimistisch in die Zukunft und freue mich auf ein spannendes Jahr, schrieb Christina in dem Beitrag weiter. Der Vater des Kindes ist Ehemann Christian, mit dem Christina seit stolzen 15 Jahren zusammen und seit 4 Jahren verheiratet ist. Punkt. Facebook Christina Bröhringsprähe Christina Bröhringsprähe Pressurreiterin Anzeige Gerti Images Christina Bröhringsprähe und ihr Pferd Desperados Anzeige Facebook Christina Bröhringsprähe Christina Bröhringsprähe und Desperados Anzeige 116 Ich finde ihr Leben total interessant. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an tipps-it-promiflash.de